Mein Name ist Aziz. In ein paar Tagen werde ich erledigt sein. Game over. Nach den total unerwarteten Ereignissen an der Wettraumstation wurde ein großer Teil der holländischen Bevölkerung einem Virus ausgesetzt. Einem noch völlig unbekannten Virus. Immer das Ziel im Auge haben und dann zuschlagen! Ah! Los, rennen! Ich wurde gepissen! Der Arm muss ab! Zehn! Wir haben euch aus der Scheiße geholt und jetzt sitzen wir drin! Wir müssen sie retten! Wir können doch nicht immer nur davonlaufen! Du bist verrückt geworden! Quatsch! Ich werde doch nicht so in Badeshorts vor die ganzen Fernsehkameras treten! Warum denn nicht? Kameras und Tussis! Kein Deutsches! Hey! Passt ein bisschen auf, man! Untertitelung des ZDF, 2020